Hey, ich bin es, der Nikolaus, und ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich habe nicht mitgekriegt, dass ihr euch abverbessert. Ich habe nicht mitgekriegt, dass ihr irgendetwas verändert habt. Alles ist immer noch genauso scheiße. Habt ihr euch nicht mehr lieb? Nein, es hat sich nicht geändert. Habt ihr schon einer Oma heute über die Straße geholfen? Nein! Und die schlimmste Geschichte ist, ihr habt die kleinen Kinder erzählt. Mich gibt es nicht. Ja, ich will euch sagen, es gibt ein Licht am Ende des Tümmels. Es ist Weihnachten und die Sterne scheinen sehr hell. Aber trotzdem, ich muss euch jetzt sagen, ihr habt es nicht drauf. Ihr habt verlernt, gut zu sein. Also, für einige von euch, ihr, ich habe die Route mitgebracht. Weil ihr habt nicht verdient, zu bekommen. Aber für manche, ich muss sagen, ich habe noch ein paar Socken gefüllt. Habt ihr gehört, was dieser Mann sagt? Aber nun, ich muss weiter gehen. Auch die Gangster Nikolausen müssen viel arbeiten in dieser Nacht. Ich habe noch viele kleine Mini-Gangster zu beschenken. Vielleicht einer von euch ist dabei gewesen, wenn ihr jetzt guckt. Habt einen schönen Nikolaus.